Dieser Ford Transit mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Drei Personen haben in diesem großen weißen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe, Wegfahrsperre, Klimaanlage, und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 125 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 7,7 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 25.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Kögler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Kupen